Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Zestiria. Wir gehen jetzt erstmal hier den direkten Weg nach unten. Weil ich weiß natürlich nicht, wo wir jetzt lang müssen. Und ich gehe dafür einfach mal den kürzesten Weg. Weil wenn es der Weg ist, den wir lang müssen, dann kann ich easy den Weg zurückgehen. Wenn es nicht der Weg ist, wo wir lang müssen, dann kann ich auch weitergehen. Ich muss erstmal den Weg des geringsten Widerstands gehen, bevor wir uns irgendwo verkünsteln. Es ist Zeit! Es ist Zeit! Ah, Speciefire. was heißt jetzt so schwach wo der aber wo sind die kräuter so wer es nicht am schlechtsten aufgestellt dann eisenkraut verteidigung und rotes gelung gebe ich mal noch nicht ja 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 Ich habe die ganze Zeit versucht meine Ulzu schießen. Keine Ahnung warum das nicht losgegangen ist aber egal Stufe 8 habe ich auch vorne an die zwei Wachen. Hier vorne haben wir ein paar Wachen Wenn ihr nicht weiter wirst und nicht nach Hause kommt können wir euch zur richtigen Stadt bringen. Immerhin gehört diese Leistung was immer gehört diese Leistung gehört zu den Aufgaben der Grenzwache ganz gehörig noch mehr Zivilisten sagt nicht dass ihr zum Abfurturm wollt nur ein guter Rat ihr solltet diese Tradition wirklich lieber vergessen Winniver Schreiner Wind Prüfung aber ich glaube ich Entschuldigung. Wow check out how high that tower goes. Winniver Schreiner Wind Prüfung Es ist ziemlich alt, selbst für eine Ruhe. Ich würde sagen, dass es von vor der Ära von Asgard war. Ich denke, das ist wo die Trial der Wind ist. Die Wind definitiv fühlt sich anders hier. Ja. Hm? Das ist eine Person. Lukai Mjärlen. Das ist eine Person. Die đâuge z Lassen. Dun sage zum ö 다른 Wenner. Keine позвол tittierst du nicht. Es kommen auf dem Weg. Dullahan! Schreiner säger? Förster ein schlechtere Ventellow. glass力, die die Tod werden기lax. Aber er ist nicht allein. Dassel kann, ja die Scheiße ged��izo. Das ist anquishern. Zavid! Pläne zu töten, oder? Das war's für dich. Das war's für dich. Wie solltest du die Hellions töten? Entferne mich an deine sehr junge Frau, und vielleicht werde ich dir sagen. Nicht mit mir! Das war's für dich. Das war's für dich. Das war's für dich. Wir können die Hellions töten ohne dich zu töten. Bitte, hör mal! Das ist nicht der Punkt, Sir Ray. Wenn jemand in der Lage ist, dass ich meine Sache mache. Ich benutze das, um das Problem zu lösen. Das ist wie ich roll! Das war's für dich. What the hell is that powerpiece? Does it come from that thing he was using earlier? Still no clue, huh? Figures. Red Paging Giant. Cry out, Rockin' Winner. Fight the way. Fischl Tower. Red Paging Giant. Scrapt us. Guard the King. Attack back in. I need weak. I need weak. I shouldn't melt off if I'm not gonna fight for real. Then let's stop this already. As if. The fun's only starting. And now be careful. That's it. Get out of the field. Ready? Let's get out of the field. Come forward. Is it over? He's not moving. Maybe we overdid it, but it's not like he gave us a choice. Can't listen to any more of this. Well, this talk makes me sound like I lost this one. Sheesh. Settle down. I don't plan on wasting any more energy. Hey, didn't you have a hellion you wanted to kill? If you guys can't quell it, then yeah. Thanks. Wait. Wait. How are you able to kill hellions without the help of the Armatus? Hey, you became Lila's sub-lord, right? Shouldn't that make it so you don't have to kill anyone? Making him disappear should be plenty for you. I don't need your lectures. Whoa. Easy. This is a tool that fires energy. This thing gives me the power to stand against malevolence. At the cost of my regular self. Zavid, what are you... Can we talk about this some other time, your shepherdness? If we do it now, I suspect we'll just wind up locking horns again. When are we ever going to have a chance to talk? I don't think I'll ever get that guy. He's a pretty complicated guy, all right. But I don't think I quite hate him. He's certainly fascinating. But hey, Dizzle, what were you so mad about? Dunno. Oh, come on. Don't be like that. Tell me. Cut it out. All right. Let's do what we came here to do. Yeah. I'm definitely concerned about the person who fell, and that Hellion that ran up the tower. Let's get climbing. That was a... I'm alive. I'm alive. Then... I'm not even worthy to be a sacrifice to the Earth spirits. Not even worthy of their salvation. This guy threw himself off? There's a tradition of human sacrifice around here. The tower must be a convenient spot for it. Ridiculous. What a twisted religion. There's no meaning in self-destruction. The Seraphim do not wish for such things. But... I'm absolutely positive that I saw the messenger of the gods. I knew then with great certainty that I was being summoned. You saw it? In rare cases, extreme spiritual experiences can open one's eyes to the world. Looks like his are closed back up, though. What you saw brings only disaster. To humans and Seraphim alike. Right. If we hadn't saved you, never mind salvation, you would have given strength to a great evil. Who are you? I'm Seraphim. Say hello to the Shepard and his posse. Hey, thanks to us, you didn't go splat even a little bit. What more proof do you need? I think he's still in shock. Let's just leave him alone. He's not related to our goal here. So what's the plan? Please, just stop trying to sacrifice yourself. No more jumping off the tower. That's not what the Seraphim desire. I promise. Let's go. The Rowlands Frontier Patrol is just a stone's throw from here. They can guide people back to town. Why not take them up on it? Leider habe ich sie unterbrochen, als sie gerade was sagen wollte. Ah. Roter Salbei. Aber das hat er auch gerade so einen von... Ja, leider habe ich sie unterbrochen. Anyway. It's all crumpled. Not a problem for us. But it's so high up. If we got up there and then got stuck, getting back down would be even worse. I'll say. And if that Hellion were to attack us on those skinny steps with no room to maneuver. You just want to see the towers inside, you big ruins nerd. Let's go through the entrance, like normal folk. Darf ich vorher den Krempel hier aufsammeln, endlich mal? Ui, ich bin ein bisschen lädiert. Maximal K.P. um 15 erhöhen. Gehe ich mal Rose. Angriffskraft um 3. Verteidigung um 3. Artangriffskraft. Artverteidigung um 3. Fokus um 3. Okay. Aber ich sollte trotzdem noch ein bisschen was essen. Okay, und im Kampf wechsle ich einfach aus, dass ich ein bisschen erheilen kann. Du hast Windschreiten auf 19. Ich mache hier mal Snack-Zubereitung an und auch hier mal Snack-Zubereitung. Oh ja, ne, gesundheitswiedersteller. Äh, what? Achso, whoop. Ne, hä? Achso, man kann auch die Tür nehmen, ne? Okay, die Musik ist auf, wieder extrem fancy. Okay, da kann ich nicht drüber swoopen. Let's do this! Wendy is a powerful Hellion with strong windmonna. What is up with all these friggin' wind monsters? Other than its art, it can produce tornadoes. Be careful. How's this? Tigerblade! Strike! Brick Circle! You shed your skin! Brick Circle! Sword Rain! I've got the prize! Now! Begone! Let's get him! Alright! Oh, gebt mir nicht auf die Ketten hier. Flaming Echo! Be careful! We're going! That damn! All together! Afraid? No! Fräzige Wink! Blended! 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 Sorry, cast du doch langsam mal, du Arsch! We need a hand! Cruzes, but don't push yourself, Viola! Sorry! Yeah! Ready? No, it's get, sweet! That did it! Have some new wind! Eat this! Cry out! Go! Yeah! Torb my path! This is it! Eh? So? So, dass dieser Finstertrunk aufhört. Weil der macht die Sache durch, ohne die Komplise. Okay, damit bedanke ich mich an der Stelle, meinen wir ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe viel Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.